Hallo Biene! Hallo Biene! Willst du wissen, was die großen Schulkinder essen? Ja, das essen die großen Schulkinder. Aber weil du meine Lieblingsschwester bist, tausche ich mit dir. Sicher nicht! Gut so Biene, wo das herkommt, da... Bei Hofer kommen Brot- und Milchprodukte aus heimischer Produktion. Das weiß doch jedes Kind. Hofer, Österreichs Discounter Nummer 1. Ja.